Herzlich willkommen zu Building the Clinic und heute ist eine absolute Mega-Folge. Warum? Weil heute announcen wir unser Eröffnungsdatum. Das heißt, wir wissen auf den Tag genau, auf die Stunde genau, wann wir unsere Tore öffnen. Endlich haben die Architekten grünes Licht gegeben und ich kann euch sagen, es wird mega. Es hat sich richtig viel getan. Ich stehe jetzt hier in unserem späteren Eingangsbereich, wie ihr seht. Und da hinten in den Außenbereichen, wir nehmen euch komplett in der Tour einmal mit, hat sich richtig viel getan. Im Erdgeschoss hat sich voll viel getan. Im ersten OG, im zweiten OG, die Bauarbeiter geben gerade Vollgas, denn es ist nicht mehr lang. Bleibt dran, denn diese Folge ist der absolute Meilenstein und wir wissen jetzt, dass die Energie hochgehen wird, weil jetzt geht's wirklich los. So und wir starten, jetzt kommt gerade die Sonne raus. Bisschen schwierige Lichtverhältnisse für meine Augen. Aber wir starten jetzt hier mit unserem Eingangsbereich und ihr seht, das ist richtig schön abgerundet. Und dadurch entstehen zwei schöne Beete. Einmal da hinten und einmal ein großes Beet hier vorne. Das ist natürlich noch alles Haufen Erde, das wird alles schön glatt gemacht. Es wird dann auch eine Bewässerung geben für diese Beete. Da sieht man hier auch schon die Schläuche, die hier verlegt wurden, sodass wir nicht immer mit der Gießkanne hier rein müssen, weil das sind immer 3500 Quadratmeter. Das ist natürlich ein großes Areal. Was ihr seht, hier sind schon die Bordsteine gelegt und wir gehen jetzt mal hier auf der Stirnseite des Gebäudes nach vorne. Hier, seht ihr, wurde schon richtig schön glatt gemacht. Also hier wurde schon planiert, weil hier kommen natürlich später wieder für Fußgänger die ganz normalen Bürgersteige hin. Da ist ja sozusagen noch ein ganz kleines Stückchen übrig vom Fahrradweg. Und hier auf der Stirnseite des Gebäudes haben wir einen zweiten Eingang. Und zwar kommt hier noch ein kleines Pflanzbeet, hier auch wieder die Bewässerung. Und da vorne seht ihr den Eingang in den Eventbereich. Den gucken wir uns gleich natürlich noch mal kurz von innen an. Und dann wird es hier so eine Art kleinen Aufgang geben. Das heißt, wenn wir Events machen, kann man sich da auch noch mal nach draußen stellen für die Raucher oder wenn es mal ein bisschen frische Luft sein soll. Das heißt, wir können sozusagen, ohne dass da hinten der ganze Betrieb beeinträchtigt wird, hier Leute rein, rauslassen und kleinere Events dann auch sozusagen isoliert halten. So, und jetzt gehen wir zum Hauptbereich hinter die Klinik. Boah, jetzt ist gerade richtig hell. Ich kann kaum was, kann kaum sehen. Mal kurz warten, bis hier wieder eine... Da kommt jetzt eine Wolke. Ja, hier stehe ich jetzt auf unserer späteren Parkfläche. Naja, auf dem, was sozusagen bis jetzt schon gesetzt wurde. Und ihr seht jetzt hier schon so ein bisschen die Absteckung dieses Parkbereichs. Da hinten wurde der Baum schon quasi einmal umsteckt, sodass dort sozusagen die Parkflächen enden. Und Alex kommt mal zu mir. Hier ist schon unser erster Gulli eingebaut. Also wir müssen das ganze Gelände natürlich auch entwässern. Wir haben eine Abschüssigkeit vom Klinikgebäude hin zum Grundstück der Nachbarn. Und dann läuft das hier. Hier ist einer der Entwässerungskanäle. Die haben wir früher noch hier rausgucken sehen. Das waren diese grünen Rohre. Grün waren die, ne? Und die sind jetzt quasi da unten drin. So, und dann gehen wir einmal nochmal hier hin. Ach, hier ist noch ein zweiter Gulli. Der ist auch schon eingebaut. Und hier kann man jetzt schon ganz gut sehen, unser erster Stellplatz ist schon fast fertig. Kommt mal mit. Unser erster Stellplatz ist schon fertig. Das ist der vom Alex, ganz hinten. Hier. Also hier kann man jetzt so ein bisschen wirklich schon sehen, es wird das Gelände strukturiert. Das wird richtig, richtig schön. Hier kommt natürlich noch ein sogenannter Grüngitterzaun. Der wird dann bepflanzt, dass wir so wirklich diesen Parkbereich so schön machen, wie es geht. Ja, und hier ist so quasi der erste Stellplatz, der dann entsteht. Und die anderen kommen dann hier alle so vor Kopf. Ja, und dann gehen wir noch einmal ganz kurz zu einer zweiten Geschichte. Die ist ganz in der Nähe. Das ist hier, wo der Bagger steht. Zeigen wir euch nur ganz kurz, weil das haben wir in den zwei Folgen davor schon mal ganz kurz gezeigt. Wir wollen aber einmal nur kurz den Fortschritt zeigen, den Progress sozusagen. Hier ist ja quasi dann die Auferkante. Hier kommt vor Kopf die Stellplätze hin. Und hier könnt ihr sehen, das war ja eine riesentiefe Grube. Also hier sind ja unsere Kellerlichtschächte. Kann der Alex da mal hin? Und jetzt haben sie hier wirklich das Gelände auf die Höhe gebracht, wie es später kommt. Und dann wird hier Erde reingemacht. Und dann kommen hier natürlich auch nochmal schöne, ich glaube Pflanzen und Kieselbett. Ich glaube hauptsächlich Kieselbett kommt da hin. Gut, das war es jetzt für den Bereich. Und ich glaube, dann gehen wir so langsam mal rein ins Gebäude, weil da haben sich richtig krasse Sachen getan. Ja, und wir starten im Keller. Und zwar seht ihr hier unseren Burschen hier, der 1,5 Tonnen an Wasser kann. Das ist unser Warmwasserboiler. Und der war bis vor kurzem noch weiß, weil der eben nicht verpackt war. Und ihr seht, der ist jetzt hier mit so einem schönen dicken Schaumstoff eingepackt. Und da hinten seht ihr auch schon, ich denke mal, das wird das Steuerungsgerät sein oder so. Das haben wir jetzt auch angebracht. Und ihr seht hier die großen Rohre. Alex dreht jetzt mal die Kamera. Die führen jetzt auch schon komplett hier hin. Und auch hier ist alles eingepackt. Auch hier, glaube ich, wieder so ein Steuerungsgerät. Das heißt, unsere Gebäudetechnik ist jetzt kurz davor, auch wirklich funktional zu sein und quasi online zu gehen. Das heißt, die Wärmepumpe wird jetzt in den nächsten, ich glaube, zwei Wochen angeschlossen. Stromanschluss wird erfolgen. Und dementsprechend wird das Gebäude dann eben auch heizbar sein. Und Strom müssen wir dann nicht mehr über den Baustrom machen, sondern können das dann wirklich über unseren Hauptanschluss beziehen. Und damit sind wir dann sozusagen safe. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für alle anderen technischen Sachen. Ja, und das ist natürlich für uns wieder mal ein Meilenstein. Hier ist ja unsere Belüftungsanlage. Die haben wir euch ganz am Anfang mal gezeigt. Das heißt, die wird irgendwann zum Leben erweckt und wird für frische Luft im Mopé und in den Wartebereichen sorgen. Und jetzt gucken wir uns noch mal ein bisschen was zu den Türen an, weil die sind hier auch im Keller schon reingekommen. Ja, apropos Strom. Das ist quasi hier die Stromzentrale. Also hier wird wirklich alles verteilt vom Gebäude. Das heißt, wir haben hier wirklich diese kompletten Schränke, die sind alle abgeschlossen. Das sind jetzt nicht die Schränke, wo man jetzt die Sicherung wieder reinmacht, sondern das ist dieser Hauptverteilerschrank. Und ich hoffe, dass ich mir den nie von innen angucken muss, dass immer einfach alles läuft. Aber ich wollte euch das nicht vorenthalten, wie groß dieses Ding ist. Das ist bestimmt 3,50 Meter lang. Und da kommen hier die ganz dicken Kabel, kommen hier rein. Also hier kommen wirklich diese Hauptkabel, die in die Stockwerke gehen, in die einzelnen Verteiler rein. Und ich denke mal, hier sind richtig, richtig starke Sicherungen drin. Ja, ein kleines, aber feines Detail. Hier haben sie jetzt die Aluraben reingemacht. Es fehlt allerdings noch das Glas. Und das wird später wie so eine Art, naja, Sicht. Wir müssen mal gucken, ob wir das folieren oder ob wir das offen lassen. Hier ist ja später unser Gym. Dann haben wir hier eine. Und hier noch eine zweite, nicht Tür, sondern Alurahmen mit Glas. Ja, genau. Und hier ist dann später der Eingang zu unserem Gym. Also hier ist quasi auch, hier wird dann foliert. Hier kommt dann hier Denta One Kraftstation oder Training Center. Ich gehe mal hier durch. Und das Gleiche haben wir dann auch hier. Also hier ist dann quasi der Aufgang. Wenn wir jetzt hier hochgehen, landen wir später im Mitarbeiterbereich. Das heißt, Mitarbeiter können hier runter und sind direkt im Gym. So, das war es für den Keller. Das nächste Mal, wenn wir euch hier den Keller zeigen, dann wird es ein bisschen mehr um die Thema Duschen und Umkleiden gehen. Das wird dann so in zwei bis vier Wochen sein. Und jetzt kommen aber die spannenden Bereiche ab dem Erdgeschoss. Ja, ich habe mir jetzt noch mal meine Co-Moderatorin hier herangeholt. Hallo. Den Waschbären. Und ja, Kathi, erklärt euch jetzt mal ein paar kleine Sachen. Und zwar, was ist das denn da oben? Die ganzen Kabel. Die ganzen Kabel, genau. Die ganzen Kabel wurden schon mal rausgezogen für die ganze Beleuchtung, die natürlich kommt. Und was haben wir da noch? Da hinten ist das auch Beleuchtung? Ich weiß gar nicht. Das ist auch Beleuchtung. Das ist einer von den ganz großen. Wir haben ja ganz verschieden große. So, dann haben wir eine zweite Sache noch. Was ist das denn da hinten an der Wand? Auf der einen Seite haben wir auch unsere Gardunenschienen, die schon hier angebracht worden sind. Da haben wir eine ganz tolle Näherin, die unsere wunderschöne Vorhänge nähen wird und die dann eben dort angebracht werden. Ja, und dann haben wir noch hier was. Das ist ein sogenannter Bürstenkanal. Das sind diese kleinen Bürstchen. Und ich kann den hier so hochheben. Ja, da unten seht ihr, da ist die ganze Technik drin. Und da kann man dann jetzt zum Beispiel Strom und Datendosen hinlegen. Und das bleibt natürlich nicht so, sondern hier auf die Elemente kommt später der Boden drauf. Ihr seht ja hier unten drunter, oder hier an der Seite, ist schon der Boden. Genau. Und dadurch haben wir aber trotzdem die gesamte Funktionalität, weil an der Seite, hier kommen ja auch Events später rein, dann können hier zum Beispiel für die Tische können Steckdosen gezogen werden, sodass man seinen Laptop und elektrische Geräte halt anschließen kann. Genau, also das waren jetzt so die Neuerungen, die in den letzten zwei Wochen gekommen sind. Und jetzt gehen wir in den gegenüberliegenden Bereich, weil da im OP hat sich auch wieder einiges getan. Kommt mit! Wir befinden uns jetzt hier im OP-Raumklasse 2. Was sieht man? Zum einen seht ihr, dass der Boden komplett glatt ist und auch irgendwie heller wirkt. Das liegt daran, dass der vorbehandelt ist und dass der vorbereitet ist, um sozusagen jetzt die letzte Bodenschicht zu bekommen. Die gucken wir uns gleich an, weil das ist ein ganz spezieller, ableitfähiger Boden. Bevor wir jetzt aber zu dieser Rolle gehen, die da schon liegt, gucken wir uns einmal die Decken an, weil das ist auch ganz spannend, denn ihr seht ja hier überall diese Panels. Das hatte ich, glaube ich, irgendwann schon mal erklärt. Da kommen die ganzen LED-Beleuchtungen hin und hier ist quasi Belüftungsauslass. Und warum ist das jetzt hier in der Raumklasse 2 und der andere Raum ist in der Raumklasse 1b? Das hat was damit zu tun, dass in Raumklasse 1b ganz bestimmte Voraussetzungen für Keimarm behandeln sozusagen oder eigentlich steril behandeln sozusagen vorausgesetzt werden. Und dafür muss man einen leichten Unterdruck erzeugen, um Schwebstoffe abzuhalten, dass die ins OP-Gebiet rieseln. Und deswegen gehen wir jetzt einmal rum, also gehen jetzt hier einmal aus dem OP 2 raus in den Vorbetäubungsraum. Also hier wird später auch einiges passieren. Hier kann man zum Beispiel Zähne ziehen, Nachbehandlung machen, Gespräche führen. Und jetzt hier ist unser OP 1 und das ist Raumklasse 1b. Und hier seht ihr oben, das ist ganz cool, da gibt es erstmal eine Differenzdruckmessung. Das heißt, es muss hier eben sozusagen, wie gesagt, so eine Art Ansaugung passieren. Und das haben wir dann 1, 2, 3 Mal. Hier ist dann später die OP-Leuchte. Und ja, hier kommen dann später dann natürlich irgendwelche Abdeckungen drauf oder die sehen dann so aus wie so kleine Belüftungsventilatoren aus Edelstahl. Ja, und das ist jetzt sozusagen das, was jetzt hier im Update für den OP ist. Und jetzt gehen wir nochmal zu dieser Rolle. Dann erkläre ich euch einmal diesen ableitfähigen Boden. Also ihr seht natürlich auch, dass hier super viel passiert ist. Alles ganz clean, alles weiß, alles gestrichen. Also das heißt, der Bodenleger kommt ja eh immer erst, wenn alles quasi fertig und sauber ist. So, jetzt haben wir das hier in unserer späteren Patiententoilette. Und ihr seht, hier ist auch schon gefließt. Also hier sind schon die Natursteinfliesen drunter. Die zeigen wir euch dann irgendwann nochmal, wenn hier die Abdeckung runtergeht. Und das hier ist unser ableitfähiger OP-Boden. Ihr seht, der ist ein bisschen dunkler, als der, den wir in Herne haben. Momentan in der Steinstraße. Weil der muss ja auch zu unserem Corporate Design passen. Jetzt habe ich den, weil ich mich hier angefasst habe. Also der hat eine gewisse Dicke. Ist flexibel. Das heißt, man muss so eine Hohlkehle nach oben legen, an der Seite, damit das alles super easy zu pflegen ist. Und der wird jetzt hier in den nächsten sieben bis zehn Tagen verlegt. Das heißt, im nächsten Update werden wir euch zeigen, wie das Ganze hier auf dem Boden ausschaut. Und jetzt gehen wir ins erste Obergeschoss. Ja, und wie kommen wir ins erste Obergeschoss? Natürlich mit unserem neuen Aufzug. Naja, noch nicht ganz. Also leider läuft der noch nicht. Aber ich darf ihn euch heute zum ersten Mal von innen zeigen. Und das Erste, was auffällt, ist, wir haben ein richtig schönes Bedienpanel mit, ich weiß zwar nicht, ob wir irgendwann nochmal einen vierten Stock bauen, aber es geht auf jeden Fall bis vier. Aber gut, wir haben ein EG-Killergeschoss, zweites, erstes, drittes. Dann haben wir natürlich einen Notrufknopf, wie das sonst so üblich ist. Und was wir aber als Besonderheit haben, das ist unser LED-Panel oder TFT-Panel. Das heißt, hier können wir Infos spielen. Das heißt, wenn ihr hier im Aufzug seid, dann könnt ihr euch hier eine Folge Implantalk angucken. Auf der anderen Seite haben wir einen schönen Spiegel, damit das Ganze auch schön offen und groß birgt. Eine Reling. Und ganz wichtig von oben, eine richtig schöne LED-Beleuchtung, dass das hier drin auch hell ist. Und was sind die Maße? Der Aufzug ist 1,20 Meter breit und 1,80 Meter lang und kann, wo steht das immer? Das steht doch irgendwo immer, ne? Wie viele Personen der kann? Weiß ich nicht. Er kann auf jeden Fall 1.000 Kilo. Und 1.000 Kilo sind, glaube ich, 12 Personen. Gut, wird schwer mit 12 Personen hier drin, aber ich denke mal so 6 bis 8. Das geht auf jeden Fall. Und dann bin ich mal gespannt, wie schnell das Ding fährt. Aber da müssen wir uns noch so ungefähr zwei Monate gedulden. Dann können wir den zum ersten Mal benutzen. Ja, aber jetzt muss ich leider ins erste OG laufen. Alex? Merkst du das? Wir sind hier nicht alleine. Ich habe irgendwie das Gefühl... Guck mal da. Guck mal da. Was ist das? Das sind Spuren. Das sind Spuren. Das ist wie bei Seven vs. Wild. Ich weiß nicht. Ist das ein Bär? Oder ein Waschbär? Oder eine Bisamratte? Ich weiß es nicht. Aber es sind wirklich Tierspuren. Guck mal da. Da, 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 da. Läuft hier rum. Irgendwas da. Guck mal da auch. Irgendein Tier wohnt schon in dieser Klinik. Wisst ihr, was das ist? Jetzt mal ganz ehrlich. Also wir haben das gerade entdeckt. Und wir wissen wirklich nicht. Das sind wirklich Tierspuren. Wir haben die da nicht hingemacht oder so. Das ist auch nicht mit KI. Das sind echte Tierspuren. Vielleicht weiß einer von euch, was das für ein Tier ist. Ich vermute mal, vielleicht ist es eine Ratte. Aber es ist echt eine große Ratte. Also wenn das eine Ratte ist, die Spuren sind echt groß. Vielleicht ein Fuchs? Ne, ein Fuchs. Ein Fuchs wäre größer. Ich habe gesagt, ein Igel. Aber ein Igel hier drin oder ein Maulwurf, ich weiß nicht. Ich glaube, der kommt hier nicht klar. Naja, okay. Naja, das wollten wir euch gar nicht zeigen, aber das mussten wir euch zeigen. Wir sind jetzt hier im ersten Obergeschoss und ihr seht, hier ist alles schon belegt mit Naturstein. Also hier wurde schon quasi jetzt der Sockel gelegt. Das heißt, eigentlich ist schon das komplette Treppenhaus mit Stein belegt, noch nicht bis ganz hoch. Und wir gehen jetzt mal rein ins erste Obergeschoss und wir starten mal hier im linken Bereich und zwar könnt ihr sehen, die Decken sind drin. Mega geil. Zum einen haben wir hier unseren späteren Empfangsbereich und hier seht ihr schon diese umlaufende, runde Fuge, wo quasi dann die LED-Beleuchtung reingelegt wird. Und eine Sache, das finde ich aber sogar geil, hier ist unten drunter der Pfeiler vom Gebäude, den konnten wir nicht wegkriegen. Und wenn wir das jetzt hier hinten durchziehen wollen, werden wir die Decke nochmal weiter runterholen müssen. Das war natürlich keine Option, also haben wir hier sozusagen nicht durchgezogen, sondern haben hier so einen kleinen Bereich, wo dann eben keine Beleuchtung ist. Ich finde, es sieht aber ganz geil aus, weil wenn man dann hier so sitzt hinter der Theke, hier ist ja dann die runde Theke, dann ist das wie so eine Art, okay, hier hinstellen, das passt. So, dann haben wir, gehen wir mal zu Kati. Da ist sie. Wir haben unsere Elemente hier drin. Ich glaube, die waren auch schon beim letzten Video drin. Ich weiß es aber nicht mehr so genau. Ich kann mich immer nicht ganz genau erinnern. Und hier haben wir aber oben dann jetzt auch schon die Register drin. Und es ist alles auch schon schön weiß. Also auch jetzt hier im ersten Obergeschoss geht es richtig weiter vorwärts. Und hier wird dann, ich glaube, in zwei Wochen sind die so weit, dass dann hier auch der Bodenleger schon reinkommt. Also im nächsten Update wird das hier alles zu sein. Und wir gehen jetzt mal hier in Richtung, also hier ist ja unser Mittelschiff. Das kennt ihr ja schon. Das ist jetzt ja auch alles weiß. Und vor allem hier die komplette Fuge ist durchgezogen. Und wir haben das auch getestet, die LED-Beleuchtung. Und das sieht richtig, richtig, richtig nice aus. Was wir noch nicht gemacht haben, sind die Mittelteile. Das heißt, das kommt auch nächste, übernächste Woche. Da werden die Decken reingezogen, wird alles zugemacht. Und dann ist das erste Obergeschoss auch schon fast ready vom Trockenbau her. Und ihr seht dann jetzt hier auch auf der anderen Seite in Richtung Kinderbehandlung haben wir auch wieder unsere schöne umlaufende Leiste, die Runde. Und hier kommen dann später die Beleuchtungspots rein. Und hier steht dann unser Olivenbaum, auf den wir uns sehr freuen. Der auch schon bestellt ist. Ein künstlicher Olivenbaum. Ein echter würde wahrscheinlich hier eingehen, das würde uns geraten. Ich hätte ja gerne einen echten gehabt, aber durfte ich nicht. So, und jetzt gehen wir ins andere Gebäudeteil, weil da sind sie sogar ein bisschen weiter. Das gucken wir uns jetzt an. So Schatz, wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt im Prophylaxe-Bereich und auch der Bereich, wo die späteren Büroräume sein werden. Genau. Also ihr seht, das hier oben, du wolltest was sagen. Ich wollte noch was sagen, genau. Und wir stehen jetzt genau im Wartebereich der Prophylaxe. Und hier sehen wir, dass unser Deckenbauer auch was ganz Feines gemacht hat. Das war eine heidene Arbeit. Ja, das war richtig, richtig schwierig hier. Das hier, das ist ganz glatt und ganz rund. Und da drunter ist so ein Profil. Das kann der Alex auch nochmal zeigen. Da hinten ist es nämlich noch nicht abgedeckt. Und der hat hier wirklich einige Stunden das gemacht, aber dafür wird es auch richtig geil. Er hat zwar geflucht, aber es ist wunderschön geworden, finde ich. Genau. Und wir haben ja auch neue Renderings nochmal bekommen von Maya. Zeigen wir euch, wie dieser Sitzbereich dann später hier aussehen wird. Das wird richtig, richtig nice. Da kommt hier ein geiler Teppich hin. Das wird wie so ein kleines Mini-Wohnzimmer werden. Ja. Richtig schön. Okay, dann gehen wir einmal hier rein. Und zwar ist das hier eins der Prophylaxe-Zimmer. Richtig. Und da oben, warum haben wir das gemacht? Warum haben wir die Decke da kaputt gemacht? Ja, da haben wir einmal die Eins beziehungsweise zweimal die Eins dargestellt. Zweimal eins und eins. Und wird natürlich auch nochmal richtig schön beleuchtet. Und wenn der Patient hier auf seinem Behandlungsstuhl sitzt und Richtung Decke schaut, dann sieht er die Eins der Delta One. Unter diesem Müllhaufen hier ist nämlich der Anschluss für die spätere Einheit. Und die steht halt genau da so in der Mitte drunter. Und dann haben wir hier quasi, was man sonst so als LED-Panel oder so sieht. Bei uns haben wir es ja zum Beispiel als viereckiges Panel. Das haben wir hier ein bisschen stylischer gemacht. Und da hinten seht ihr noch die Auslässe für die Downlights. Da hinten ist ja dann die Behandlungszeile. Das sind ja die Anschlüsse. Also wird richtig, richtig cool und stylisch. Und dann gehen wir jetzt einmal auf die andere Seite. Ja, neben dem Prophylaxe-Raum haben wir natürlich auch noch unsere großen VIP-Behandlungszimmer. und auch hier seht ihr, dass die Decken drin sind. Einmal hier wieder unsere schöne Eins. Und da haben wir dann noch zusätzlich die Downlights. Und da hinten kommt ja noch eine geile Lounge rein. Und hier haben wir ein riesengroßes Fensterelement mit Glas, das es noch nicht drin ist. Und das hatte ich euch beim letzten Mal gezeigt. Hier haben wir ja diesen Deckenvorsprung und hier springt es ein bisschen runter, weil ja hier die Lüftung drin ist. Und hier kann man sich das jetzt schon viel, viel besser vorstellen. Hier ist natürlich noch nicht Vlies drauf, hier ist noch nicht drüber gemalert, aber das sieht schon sehr, sehr gut aus. Was man auch sehen kann, hier die Sockel, das ist alles schon trockenbaumäßig verkleidet. Und hier kommt dann später so eine kleine Fensterbank hin. Die kommt wahrscheinlich dann in den nächsten, ich würde sagen, wahrscheinlich vier Wochen. Und dann gehen wir nochmal in den VIP-Wartebereich. Der ist auch ganz schön. Da war jetzt auch schon die Kati auf uns. Und ja, das gleiche hier. Super, super hell mittlerweile schon. Alles schon drin, die Decken. Auch da unten die Verkleidung. Und hier kommt dann schön unser Übernachtungsbettchen hin mit schöner Aussicht. Naja, wie interne so die Aussicht sein kann. Zum Glück haben wir hier schöne Gardinen geplant, die dann eben auch zugezogen werden können. Ja, und das Letzte, was wir euch noch zeigen, das sind unsere beiden Wandfarben, die der Maler für uns einmal probemäßig dahin gemacht hat. Und was hat das? Welche findet ihr am schönsten? Ist jetzt egal, weil es ist schon entschieden. Also wir haben uns für die entschieden. Das geht jetzt, geht nur um die VIP-Bereiche, also um den Schlafbereich und um den VIP-Wartebereich. Da werden die Wetter so dunkel gemacht. Damit es einfach richtig schön wohnlich wird. So richtig geile Wohnzimmer-Atmosphäre. Hier sind wir jetzt eigentlich nicht in dem Raum, wo die kommen. Hier haben wir eine etwas hellere, graue Farbe, weil hier sind wir jetzt gerade im VIP-Prophylaxe-Bereich. Die kriegen so ein Lichtgrau hier. Und ja, auch da, ich glaube, da haben wir auch noch mal ein, zwei neue Renderings. Die blendet euch der Alex dann mal schön ein. So, und jetzt gehen wir noch mal ins zweite Obergeschoss, denn da haben sie wieder weitergemacht mit unseren Laborräumlichkeiten. Und das ist so das Letzte, was wir euch heute dann... Nee, stimmt nicht. Nicht das Letzte, dann haben wir auf dem Dach noch was Cooles. Also lasst uns mal ins zweite OG. So, jetzt sind wir wieder zurück quasi so ein bisschen, ja, so wie wir vor drei Monaten im ersten und Erdgeschoss waren, denn das Labor, das hatte jetzt nicht die absolute Top-Priorität. Wir wollen ja unseren Eröffnungstermin halten, den wir auch... Ja, kommt gleich. Aber jetzt wird hier weitergemacht. Das heißt, wir haben jetzt hier die ganzen Wände schon teilweise geschlossen. Wir haben im Labor immer Schiebetüren. So kann man hier einmal reinfilmen, damit wir den Platz hier drinnen für die Technikerplätze nicht verschwenden. Jetzt haben wir hier, das ist jetzt wieder einfach nur so ein doofer Raum mit Trockenbauwänden, so wie wir das von unten gekannt haben. Ist noch nicht so schön, aber das ändert sich ja demnächst. Hier ist später unsere Cut-Cum-Abteilung. Das heißt, hier sitzen vier Techniker, die nur konstruieren und digital die Scans verarbeiten und das Ganze dann für die Fräsmaschine sozusagen vorbereiten. Wo die Fräsen stehen, kommen wir jetzt zu. Das heißt, alles, was dann da Cut-Cum-mäßig designt wurde, geht dann in diesen Raum und hier stehen dann unsere großen Fräsen. Also richtig, richtig fette Dinger. Die werden wir euch dann natürlich zeigen. Das wird mega spannend. Das ist richtig, richtig high-tech. Und hier ist dann eben wirklich dieser Fräsraum. Der ist auch dann laut, der muss dann zu und da muss noch eine gute Kühlung rein, weil die machen richtig, richtig ab Luft, diese Fräsen. Wiegen auch richtig viel. Ich glaube, eine Fräse wiegt 400 Kilo oder so. Hier ist unsere Keramik-Abteilung. Lass mal reingehen kurz. Ist jetzt noch nicht schön, aber ihr könnt trotzdem mal reingehen. Einfach nur, damit ihr mal seht, wie sitzen dann unsere Techniker so. Also hier werden zwei Technikerplätze sein auf der Seite, zwei Technikerplätze auf der Seite und deswegen haben wir halt eine Trennwand eingezogen in diesen etwas größeren Raum. So können wir diesen Mittelbereich doppelt nutzen. Das ist quasi wie so eine Art Vierer-Schreibtisch, bloß dass eine Wand dazwischen ist, weil ein Techniker immer ganz viel an der Wand hat, was er braucht, Dremel, Fräsen und so weiter. Und hier müssen natürlich auch immer überall die Technikermaschinen stehen und hier haben wir das Ganze gleiche nochmal gespiegelt. Das heißt, hier sitzen auch nochmal wieder vier Techniker. Das heißt, wir haben eine Keramikabteilung für bis zu acht Leute. So und jetzt gehen wir nochmal ein Stück weiter. Keramikabteilung ist natürlich nicht das Einzige, was man im Labor braucht, sondern wir brauchen natürlich auch Kunststoff und Gips und Metall. Und das ist dann eben hier, das ist das Gleiche wieder. Hier sind auch wieder sozusagen zwei, vier, sechs, acht, so ungefähr. Hier ist dann die andere Seite. Also wir haben, ich weiß gar nicht, ich meine, wir haben 16 oder 17 Technikerplätze für das Labor und hier kommen wir dann in diesen Bereich, hier ist eine kleine Küche für die Techniker, hier kann man dann eben Mittagspause machen und hier sind dann die dreckigen Bereiche, also Gips und ja, Vorbereitung sagt man dazu. Hier werden die ganzen Arbeiten, die reinkommen, erst mal ausgepackt und da ist der dreckige Bereich und je weiter wir nach da hinten kommen, umso sauberer wird es dann halt. Genau und jetzt gehen wir noch mal einmal rüber in diesen anderen Gebäudeteil, weil die, das Labor teilt sich quasi die Mittelinsel mit der Leadership Area auf der anderen Seite. Das heißt, hier können wir durch, hier ist auch noch nicht ganz so viel passiert und hier kommen wir dann in unseren Bereich, hier steht später der Server, das wird aber später irgendwann mal ein Behandlungszimmer. Warum steht am Anfang der Server da? Weil wir noch nicht einen Cloud-Server nehmen konnten, weil wir hier noch kein Glasfaser haben und Glasfaser wird erst 2025 bei uns ans Gebäude rangelegt. Deswegen haben wir den Server erst mal dahingestellt, weil wir den Platz haben und hier entsteht am Anfang erst mal unsere Social Media Abteilung. Die haben einen richtig schönen offenen Bereich hier. Später kommen hier Behandlungszimmer hin, da müssen wir mal gucken, wo wir die dann irgendwann mal wieder auslagern, die Social Media Abteilung. Das ist aber noch ein paar Jährchen hin. Genau und jetzt gehen wir noch einmal aufs Dach und dort erfahrt ihr dann auch das große Announcement. Ja, unsere Terrasse war ja schon fast fertig. Allerdings hat ein Bereich noch gefehlt und das war unser Ausgangsbereich, wenn wir sozusagen durch die Schiebetür rausgehen und jetzt sind die ersten Holzlamellen gekommen. Wir haben hier wirklich so ein richtig schönes, das ist natürlich jetzt dreckig, weil hier gearbeitet wurde, ein richtig schönes bräunliches Holz, nicht so ein, ihr kennt ja vielleicht dieses Teekholz oder Teekholz, wie das heißt. Das wird nach einer Zeit so richtig dunkel und das war so ein bisschen die Alternative und wir haben uns gesagt, wir wollen jetzt dieses Teekholz wirklich haben und wir haben uns dann entschieden, wirklich ein echtes Holz zu nehmen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was es ist. Muss ich euch nachliefern in den Kommentaren, aber wirklich ein ganz, ganz tolles Holz. Hier seht ihr, wie das aussieht, wenn es noch einigermaßen sauber ist. Das muss natürlich einmal richtig abgestrahlt werden, weil es voll mit Sand ist. Und was man auch sieht, hier oben haben wir jetzt die Glaselemente schon drin. Das heißt, wenn es jetzt regnen würde, wäre ich jetzt schon im Trockenen. Da wird jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen, wenn man hier mal guckt, das ist ja alles noch unverkleidet. Das musste aber noch so sein, weil die ganzen Kabel, die dann in diese Lamellen reingezogen werden, später für die LED-Beleuchtung und später auch für ein Soundsystem, die mussten erst verlegt werden, es musste alles fertig sein und nächste Woche kommt Lansing und macht hier die Lamellen dran und dann ist das alles auch schön und dicht. Genau, und jetzt gehen wir, können wir ja live machen sogar. Ne, wir machen einmal das hier noch. Hier seht ihr die Bepflanzung vom Dach. Ist auch nochmal ganz interessant, ne? Wir haben diese Kiesel und in der Mitte gibt es so eine Art, ich weiß gar nicht, so eine Art Nährboden und hier werden Samen eingebracht und dann wird das ein sogenanntes Gründach. Das dauert dann wahrscheinlich ein paar Monate, bis man davon was sieht und das wird jetzt einmal rundum gelegt. Auf der anderen Seite ist es deutlich dicker. Da hinten stehen noch, glaube ich, fünf Tonnen von diesem Sand, weil wir haben da einen viel breiteren Streifen, da kann der Alex mal hinfilmen. Das ist so zwei Meter breit, da ist einfach viel mehr Platz und über die Fläche hinweg macht das dann richtig, richtig viel aus. Und auch auf der Stirnseite des Gebäudes ist nochmal ein riesengroßer Bereich, wo das halt gemacht wird. Also hier ist das natürlich viel, viel mehr und dementsprechend wird das hier so ein bisschen grüner. Und jetzt haben die hier hinten Folgendes gemacht. Hier geht es ja in unser kleines Häuskinn rein und jetzt haben die die Wärmepumpen hier oben hingehievt, die Dinger, die wiegen ja 2,3 Tonnen, meine ich eine, also eins und zwei. Und dann haben sie so kleine Lamellen von außen gemacht. Wir haben das ja als Drohnen-Footage nochmal, dann seht ihr wie das von außen aussieht. Und im Endeffekt wird jetzt hier der Anschluss gemacht an das Gebäude. Das heißt, die werden dann noch angeschlossen. Ich glaube, da vorne kann man das sehen. Du müsstest mal da reingehen, Alex. Da sind die Anschlüsse, wo es dann wirklich dann, ja, wo die Wärme rauskommt oder reingeht, wie auch immer. Und da unten geht es ins Gebäude rein. Da. Da wird es ins Gebäude reingeführt. Und ja, nach meinem laienhaften Verständnis ist hier sozusagen das Herzstück für die gesamte Heizung des Gebäudes. Ja, und jetzt gehen wir nochmal einmal kurz nach vorne, denn ich weiß, ich bin euch noch eine Sache schuldig. So, und jetzt ist es endlich soweit. Nach 2020, wo wir mit diesem Projekt angefangen haben, darf ich euch heute den definitiven Eröffnungstermin unserer Klinik mitteilen. und es ist der 13. Mai 2024. Am 13. Mai werden wir einen richtig tollen Tag der offenen Tür machen für alle Patienten, für die gesamte Community. Wir können alle zusammenkommen und diesen wunderbaren Moment feiern. Das heißt, ihr seid herzlich eingeladen, schreibt in die Kommentare, kommt ihr vorbei, freut ihr euch, genauso wie wir. Und wir werden in der Woche vorher mit dem Team, es gibt quasi noch ein Pre-Opening mit geladenen Gästen, mit Geschäftspartnern, das wird am 4. Mai sein und dann ab dem 6. Mai schließen wir uns eine Woche in dieses Gebäude ein und dann werden wir mit unserem Team versuchen, so fit wie möglich zu werden. Wir werden am 13. Mai so fit sein, dass wir sofort loslegen können, dass wir für euch 100% Leistung bringen können, 100% Service. Es soll Zahnmedizin neu erleben werden und da haben wir jetzt noch 10 Wochen Zeit für. In 10 Wochen geht es los. In 10 Wochen geht es los. Das bedeutet, wenn ihr von Anfang an dabei sein wollt, dann könnt ihr euch Behandlungstermine ab dem 14. Mai buchen. Der 13. Mai ist wirklich dieser Tag der offenen Tür. Da gibt es auch was zu essen, zu trinken und so weiter und am 14. Mai geht es los. Das heißt, wenn ihr am ersten Tag schon dabei sein wollt, geht auf unsere Webseite DrFlex Buchung und bucht Termine. Weil ich weiß, einigen von euch ist das super wichtig und dementsprechend, wer es jetzt als erstes sieht, der malt zuerst und darf am ersten Tag mit uns Zahnmedizin neu erlebbar machen. Ich freue mich auf euch. Lasst uns feiern und wir werden in den letzten 10 Wochen richtig Gas geben, um diese Klinik aufzubauen. Also, let's go!